Jetzt muss ich mir schon wieder was ausziehen, Menno! Paket voller Geld und alles nackt, voll! Incredibile, die Fernsehen wird immer besser. Was wollen Sie? Was wir wollen? Was haben Sie eigentlich für Vorstellungen vom Polizeigienst? Ja, beim Bullen, den kannst du aus keiner Kneipe rausschmeißen, ne? No, du kannst immer weiter feiern. Ey, weil letzte Runde ist immer noch, wenn die Polizei das sagt. Darum heißt die ja auch Polizeigienstunde. Was ist denn los hier? Wofür finden Sie meine Freunde Mari? Lebensmittelkontrolle! Prost! Nach der Durst ist die Sonne, du. Mari, wir haben uns vertan! Darmfest los! Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Scheiße, ist das lang! Sie glauben, dass diese beiden Männer, die all ihre Haustiere töten, in ihr Leben zurückkehren? Sehen Sie, die Bedrohung hat nur in ihrem Kopf existiert. Hey! Machst du lange in die Sonnenstudio? Sieht gut aus. Was machst du, wenn dich hier einer überfährt? Schön Pfeffer sprich in die Augen. Wenn ich mir eine Frage erlauben darf, Herr Wittmar. Was denn noch? Wie sind die beiden eigentlich zu uns gekommen? Hallo Herr Knob, Sie machen doch gleich die Imitation von dem Herrn Beckenbauer, oder? Dann gehen wir raus auf den Platz und dann bringen wir Leistung, ja genau. Der Franz hier, der Beckenbauer! Der Beckenbauer, der Franz! Der Kaiser! Franz Beckenbauer! Beckenbauer, jetzt wir habe dich! Und was sollst du sonst düsen? Erlebt, es ist nichts passiert!